Hi, ich bin Lara, 18 Jahre alt, bin verheiratet, studiere Jura im dritten Semester und habe einen 40-Stunden-Job. Und all das während der Klausurenphase kann schon mal viel werden. Aber deshalb gehen wir zuerst zu meinem Restaurant-Kritiker-Job. Da probiere ich nämlich immer neue Sachen aus. Und wenn ich nach Hause komme, nach 8 Stunden Arbeit, lerne ich noch 7 Stunden. Hi, ich bin Anna, 26 und schaffe es teilweise nicht, mir zweimal täglich die Zähne zu putzen.